Liebe Sportlerinnen und Sportler, wir wissen, dass aufgrund von Covid-19 die Wettkämpfe leider dieses Jahr ausfallen. Deswegen haben wir als Nationalmannschaft uns die Challenge ausgedacht, die DKV Kanu-Nachwuchs-Challenge 2020. Ihr bekommt jede Woche eine neue Übung, die ihr über 15 Wochen verteilt machen könnt und messt euch mit den anderen Sportlerinnen, die natürlich mitmachen. Das Ganze würden wir uns sehr freuen, wenn es über Instagram oder Facebook geteilt wird. Viel Spaß dabei und viel Erfolg! Bis zum nächsten Mal!